Fuck that. Was hier? Wow. Ey, wo man alles Geld findet, außer den Portemonnaies? Wie das aussieht, ey. What the? Okay. Die FPS haben sich gerade im letzten Loch verkrochen. Reicher! Der heißt Reicher! Heißt, er ist reich. Ein reicher. Also, ich reich so, so reich, ne? Ein deutsches Reicher. Ich meine, ein reicher Typ. Wie geil man das, der hat. Die haben vielleicht ein Einfallsreichtum, einfach mal so reicher. Guck mal, jetzt hab ich doch ein Telefon aufgehoben. Jetzt kann ich doch zu E.T. gehen und er stut sich seinen leuchtenden Finger in den Arsch stecken und dann kann er doch telefonieren. Nennt man dann wohl Hörmuschel oder so. Ach, egal. Ist zu ewiglich. What we got here. A piece of D. So. Ich bin voll equipped. Ahahaha. Was ist das denn? Sieht aus wie so ne Drecksackbank. So much shit. Ich bin immer noch Level 19. Ist das euer Ernst? Ich dachte, wo da so fett auf'n Bildchen so 1000 XP stand. Wäre ich wenigstens mal so ein bisschen reifer geworden, erfahren, ne? Aber... Ja, das bedeutet, ich hab schon 200 getötet und hab keinen Bock mehr. Ach, fuck that. YOLO! Ich kann ruhig nochmal hier hin. So! Vielleicht sollte ich echt den Sichel hier so draufkacken. Sollte ich vielleicht. Hab ich echt... Was heißt denn das jetzt? Dass ich... Aua. Ach man. Ach man. Ach man. Ach man. Ich hab so viele Knarren und keine Ammo. Hab ich nie. Ich hab so viele Knarren und keine Ammo. Hab ich nie. Also ich merk grad, wie scheiße der Revolver ist. Der ist in allem einfach mal mega scheiße. Das Ding ist kacke. Aber ich hab... Ne, für die verformte Pistole hab ich drei Schuss wie das. Wart mal. Ich will mal diesen komischen... Drecksrevolver, wenn ich ihn schon hab, ne? Dann... Ein Schuss. Ein... Ein ganzen Schuss hier. Das ist ja... Also... Das reicht. Damit werde ich nicht durchspielen mit dieser Kugel. Aua. Ich. Also als Paul. Siehste. Irgendwas ist laut. Tüch. Äh. Hier ist auch nichts cooles, glaube ich. Auch ich gucke einfach mal. Ja. Ja. Auch nicht schon wieder ihr Wechsel. Druckjunkies um jede Ecke. Oh, Türen, die man nicht öffnen kann. Kisten, die man... aus... norm... kann. Ja. Außer deiner Mutter. Oh, der war gut. So. Witzig, wie manche Charakter einen Namen kriegen und andere einfach nur so überlebende Reisen. Ich spiele keine Hauptrolle. Ja, du heißt Schatist. Ja, du heißt Schatist. Ja, du bist ein Schatist. Klicke deine Ecke. Aber wir sind jetzt safe. Nö. Alter, wie gerne würde ich dir in die schwarze Glatze schließen, das glaubst du gar nicht. Ach, fresse, überall Menschen, Mann. Eklig, eklig. Zombies sind sympathischer, die halten das Maul. Ich quesse jetzt einfach. Ich stehe echt vor dir. Ja, klar. Alter, fresse ich gut. Nein. Ja, Drogenshop. Nein, Drogenshop. Hä? Wie nicht? Zeig mal hier. Ja, der Typ fand's wohl dramatisch. Ich hab mir den Zettel mit Blut zu übergeben. Deswegen hat er doch extra seine Stichnadel genommen, hat sich in den Daumen gerammt und da drauf gespritzt. Und dann... Dann hat er mir dann den Zettel gegeben, weil er dachte, ohne Blut aus dem Zettel denkt er, ich bin ne Pussy. Ausflug zum Supermarkt. Ha, der Typ fand sich wohl mega mitsig, als er mir den Auftrag geschrieben hat. Besorgevorräte. So, Schwierigkeitsgrad, das kann er ja auch einschätzen. Ich bin auf. Alle Entfernen zum Markt sind barrikadiert. Except for the one that very few know about. Head downstairs and talk to the guard at the door. That'll try to let anyone through, if you offer him a little fiber. It's the only way. Wow. Die Saufnase. Ein Gefallen für eine Saufnase tun. Heißt ja wohl, ne? Gib ihm Jack Daniels. Alter, es ist wieder dieser Raum. Verpiss dich. Was zum... An seinem riesen Stahlhut abgeprallt beim Sprung. Oh, die Fresse. Ach er. Ich sollte nicht niemanden bieten, aber ich könnte ein blindes Augen, wenn du etwas für mich machen könntest. Das war so klar, dass der Alkwil... Blutige Pisse. Blutige Pisse. Blutige Pisse. Oh. War wohl zu lang. Ne, oder? Glück gehabt. Ähm. Zum Glück ist überall auf der Map dieser Scheiß markiert. Ja, nehme ich meinen eigenen, den ich hier hingekotzt habe, oder? Ne, oder? Alter, ist das lächerlich. Hab ich das jetzt getauscht? Gegen den Revolver? Wart mal. Alter, wo ist der Revolver? Das ist doch so lächerlich, oder? Moltov. Wie ich jetzt einfach diesen Revolver da liegen lassen muss? Ich finde das zu hart. Wegen ein bisschen Alk. Da. Dankeschön. Das sollte mein Wissel für ein bisschen. Auf Ihren Weg dann. Geht in den Händen, das ist. So. Jetzt tue ich aber den Scheiß grad wieder weg. Das sag ich dir. Nein! Ich will nicht. Gut. Ähm. Bam. Bam. Und benutzt. Glauben, man sollte was haben von Leben. Äh, äh, aua, Tür. Äh, Leute, geht mal hier. Oh, nachladen, warte mal. Äh, ich hab Muni gefunden, aber vier Schuss, okay. Äh, ich bin... Oh, was so voll ist. Wieso muss es da sein? Was ist... Hä? Aber der war so... Ach, ich bin nicht mehr voll. Was zum... Warum? Hä? Nö, 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 nö. Nicht nochmal die Abwasserkanäle. Äh, irgendwas wollte ich skillen. Was war's? Was war es? Yes. Zu lang her. Oh, extra Platz könnte ich echt gebrauchen. Oh. Okay. Hm. Du kannst zerstörte Organe neu wachsen lassen. YOLO. Ach, wisst ihr was? Ich mach jetzt hier... Rucksack, Platz. Und wer was dagegen hat, der soll allein in der Ecke geholen. Äh... 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 Irgendwas wollte ich doch. Achso! Ich flog zum Supermarkt. Missionsstief erfolgen. Äh, verstehe ich nicht, wieso ich wieder zurück muss, aber okay. Ne, das kann ich echt nicht. Äh. Ich bin echt nicht. Na, vollziehen, ne. Was das sind... Sponen die Gute. Und das ist Musik und das geht, über die Fohre. Dass ich jetzt in den Sinne rechts... der Flachköpfe... Lass mal raten, durch Videospiele-Magie leben wieder alle. Das war so krass. Ach, ich hab jetzt echt keinen Bock. Kommt der? Ich mach mal hier jetzt einen Aufschleicher. Der sieht mich auch nicht. Okay, ich hängte fest, das ist gefährlich. Okay. Weiter. Okay. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Äh, äh... Alter, die Fesse. Äh, ich warne dich. Ich hab dich gewarnt. Na, komm her. Äh, was zum... Och man, ich hab jetzt... Also so langsam vergibt mir echt die Lust an dem Spiel. Weil es nervt, das ist zu viel. Es macht Spaß, klar. Aber es nervt einfach. Die Kugel ist für das Käsebrot, das du gegessen hast. Scheiße! Scheiße! Irgendeine Waffe hatte ich doch durchgeladen. Ich bin wieder Hardware-Wirt. Was soll das? Ich hatte eine durchgeladen. Das waren die vier Schuss. Sie konnte ich nur für irgendwas gebrauchen. Alles klar. Krieg ich grad wieder ein Hals. Alter, gegen Schläge hab ich echt so keine Lust mehr. Ja. Ach, ist doch gut. Ist doch gut, Mann, du Wichser. Um den Schwuppel. Warte, dann krieg ich grad wieder ein Hals. Das glaub ich nicht. Moment. Warte. Äh, äh. Ah, das ist ein Dauert. YOLO! Puh. Hat geklappt. So viel zum Schleichen, was? Perfekte Scheiße. Ach, das war so klar. Wie soll ich denn? Gibt's hier sowas wie eine Map? Warte mal. Ach, was ist denn los hier? Mir hilft halt die Nase. Wow, das war so klar. Ach, das fuckt mich grad ab. Ich hab keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Das zeigt mir irgendeine Scheiße an. Werde ich jetzt verprügelt? Von oben? Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ein Schuh vom Gesicht? Ein Schuh? Also, womit ich jetzt echt nicht gerechnet hab, ohne Witz, ist das der Schuh sauber ist. Hat er so dicke Augenbrauen oder wirkt es nur so? Der Pistisch mal, hier kommt ein Schwarzer. Ja, genau. Reetard. Ich hasse es, wenn alles respawned, was man mal gekillt hat. Fühlt man sich so nutzlos. Haltet alle die Fresse. Haltet alle die Fresse. Ich will nur hier rum stealfen. Wow, voll in die Faust gerannt. Geil. Oh, scheiße. Geh auf. Lass mich rein. Oh, er ist gar nicht explodiert. Der Exilie ist mal. What the fuck? Ach komm. Krieg ich grad wieder Akros. Krieg ich grad wieder Akros. Die Pistisch. Was, das soll nur Frau sein? Halte mir diese kurzen Haare bei Frau, nee. Was? Ach, da ist was. Lol. Fettbraut. Los, explodieren wir mal. Ja, streng nicht an. Kräftig drücken. Das ist ein Junge. Ähm. Alter, man läuft hier auch nur permanent durch Pisse. Der Gestank ist so penetrant im Gehirn. Da fragt man sich, warum man nur an Urin denkt. Och, das ist doch nicht wahr.